Ah, dann fliegen wir hin. Steigen sie ein. Du kannst dich nicht umgucken. Doch, kann ich. Null. Heute fliegen wir seitwärts. Weil Helikopter fliegen ist echt ekelhaft. Du bist so gut, wie verdammt. Lol. Jetzt öffnet leuchtende LED-Kuh. Ich glaube, die können... Frisch aus Tschernobyl. Alien-Objekte. Aha. Ja, ich glaube, wenn wir alle gesammelt haben, kriegen wir diese komische Laffe, die er da hat. Ah. Ja... Truthahn! Blündern! Das gibt ordentlich Kohle. Oh, wo ist denn einer? Hallo. Da vorne. Ich will den Hund nicht, will den Hund nicht abknallen. Aber ich glaube, ich muss... Ah, nee, es reicht, wenn du dir ein... Sieh mir den Puma zurück, geil. So, er fällt noch eins. Nur die Frage, wo ist es? Hilfe! Ja. Da oben. Ja, klar, ich spawn auf einmal. Ja, wie langsam aber auch. Komm, wir kriegen einen Besuch bei. Ja, wo ist es? Spawn. Ja, Nummer... Was ist das? Da hat er da rein. Ja. Ich will fragen, wie kommt er da rein? Reinkommst du ja ganz schnell, aber wie kommt man da hoch? Gute Frage. Ja. 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 Ich bin schon als Raketenwerfer. So ein Typ da hinten. Mit Schnauze halt da hinten. Ich dachte hier mal so ein Geier an, Alter. Ein Adler und kein Geier. Ja, seine Nähe ist wie so ein Geier. Jesus, ich höre nur auf Spaß. Geil. Geil. Ich glaube das ganze Feld wird jetzt nie da brennen. Ja. Deine Katze hat mich schon wiederbelebt, Alter. Schieß gleich so scheiß Adler. Wunder, Alter. F*** ich mit deinem Baseballschläger, Alter. Na nur runterkommen. Geil bestätigt. Ach, gewollt. Okay. Gut. Der Adler hat keinen Bock, ne? Es gibt Sünder, ihr Sünder. Geil bestätigt. Boah. Geil bestätigt. Geil bestätigt. Oh, ja. Flexball, okay. Ich sehe keine Bomben, Alter. Ich zeig's wie es ist. Währenddessen der hier versucht hier was weiß ich was zu betreiben. Abzug für den Angreif. Die ganze Zeit hast du ihn an die Granate geworfen. Nein, fliegt da. Na, du keine Adler. Ich bockst dich weg. Hör mal abgeworfen. Irgendwie kann der Adler noch leben. Ich hab dir grad so dermaßen einen Basey in die Fresse geworfen. Der lebt einfach noch. Ich kacke ab. Es gibt Sünder, ihr Sünder. Wie löst man die aus? Ah, das war der Fernzünder. Hier kommt das heilige Feuer. Es geht los. Der Typ überlebt Dynamiten, Granaten. Ein scheiß Fernzünder. Der Dude überlebt alles. Die Bombe ist auf. Hast du eine Bombe? Ich hab keine gesehen. Jetzt weißt du was ich meine. Die Bombe siehst du nicht. Tod von oben. Ja, da kam nicht meine Bombe. Digga. Kannst du keine Menschen sehen erzählen, Alter. Das ist der Typ. Wie find's, wenn sie Sachen aushält. Ich bin im Handflug für den Angriff. Ich höre nur die Bomben fliegen, Alter. Du siehst keine Bomben. Die Bomben sind nicht existent. Ich höre sie auch nur fliegen. Der Kollaps hat begonnen, John will, dass wir so viel mit Blisten versetzten, dünner wie möglich dieses Silo lagern. Aber seid vorsichtig, das Zeug ist hochexklusiv. Wir werden gemeinsam zu den Toten von Eden marschieren. Klar, als ob er mich aus dieser Entfernung in irgendeinem Scheiß Lage gesehen hat. Ja, normal, Digga, normal. Ist das unsere Kollegen, oder? Keine Ahnung. Ich glaub schon. Wir hätten dir umhelfen können, aber dann muss ich hier noch raus latschen. Nee. Könnt ihr eigentlich? Abfahrt. Kein Bock mehr. Nö. Nö. Dump. Ein Tanklaster. Ja, der existiert wahrscheinlich gleich nicht mehr. Okay, hau aufs Gas bitte halt, Junge. Oh, der hat hier Baum hingepflanzt. Die Natur. Muss der Piss sein. Hit-Dongs. Der kann voll in den Baum reinfliegen. Aber er tut's nicht. Nee, er tut's nicht. Ja, wie oft denn noch? Hier hast du ein Silo. Oh, das ist so komisch. Ist er weg? Nein. Ah, scheiße. Ich glaub, durch den Wald fahren ist gar keine schlechte Idee. Dann kann er uns immerhin nicht mal so... Immerhin nicht so gut treffen. Also, wenn wir jetzt gerade weiter gefahren, das sei Boom gemacht. Gut. Oh Gott. 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 Es ist so schwer, den überhaupt irgendwie ins Visier zu kriegen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er fliegt halt genau über uns. Ich kann ja nicht ganz gesehen. Das geht nicht. naja sieht doch steht halt noch der flieger hat abgelassen ich habe auch nevermind nevermind er hat nicht abgelassen warum brennt es hier keiner weiß es irgendeiner von den verkaufen wir doch sicherlich in rocket launcher aber bitte keine schaufel werfen ganz hinten ganz hinten ne kannst kannst du kein kaufen gesperrt so ich regel warum kostet eine angel 300 das ist das denn er ist tot das brutzeln und brennt das hier so so Servus. Ich bin der Typ auf Raketen gehört. Ich könnte auch nehmen G da mal. Aber es waren zu viele für uns. Was ist das? Ein Wort sagen. Sie wollten noch entscheiden ob sie uns zu John, Jacob oder Faith. Meine Freunde sind verschwunden. Finde sie für mich. Jaja, ein anderes Mal, Kollege. Wie gern wissen, wo ich den hinbringen muss. Keine Ahnung. Also ich noch ein paar Punkte verlassen.